ja bin ich noch mal hier mit meiner torte jetzt sagt ihr euch natürlich ja schön jetzt habt ihr mir jetzt habe ich euch die torte gezeigt was ist denn drin das wollen wir jetzt natürlich sehen öffnen wir das ding mal 25.000 elixir sind am start mal gucken ob sie sich ordentlich den arsch aufgerissen haben oder ob das für ein sack war na 75.000 war wieder klar war wieder klar ist ja nicht so der burner gewesen hätte ich mit ja ich meine grundsätzlich ich habe damit gerechnet mit 75.000 genau mit 75.000 aber ja schade ja dann wisst ihr jetzt erstmal was drin ist also 75k könnt ihr euch also eigentlich mehr oder weniger schenken meiner meinung nach das war es von mir ich wünsche euch was wenn euch das video gefallen hat daumen nach oben und abonnieren haut mal rein